hallo zusammen ich habe hier ein wohnmobil und wir haben hier einen hübschen hund und natürlich neu hier eingebaut da sehen wir dazu ein ladebooster von wcs 30 ampere mehr kann man hier zu diesem ladebooster nicht sagen mehr infos gebe ich euch hier von dem ladebooster und unten im video beschrieb und das ist hier nichts nicht viel zu sagen dazu ich wünsche euch einen schönen tag